Weißt du, was das ist, was ich an der Hand habe? Leider nicht. Das sieht aus wie ein Kassett. Weißt du, was das ist? Walkie-talkie. Walkie-talkie. Man kann sich das heute ja in Smartphone-Zeiten fast nicht mehr vorstellen, aber der Walkman war damals vor 40 Jahren das erste Gerät, mit dem man so richtig bequem Musik mitnehmen konnte. Man brauchte kein riesiges Gerät mehr, sondern man konnte ganz für sich sein und konnte Musik eben überall hören. Und das gab es vorher einfach nicht. Für uns war es damals eine Sensation. Auf Wiedersehen.